So, dann würde ich sagen, geht's weiter mit der... Das ist jetzt so Nummer 2, ne? Das wäre jetzt... Warte, ah, guck mal, hier hat den Quer aufschließen. Das kann ich jetzt auch, ne? Schlösser knacken. Funkgerät! Geil! Zielfernrohr für Gewehre, drei Sterne. Noch ein Funkgerät. Alter, zwei Funkgeräte. Adrenalinspritze. Rücken wir immer unten in der Mitte auf alles nehmen. Ne, mach ich nicht, sonst wäre ich zu schwer. Bin ich schon. Ich lasse immer das drin, was ich nicht brauche. Die brauche ich nicht. Die brauche ich. Der ist schon okay. Okay, gut. Dann... Hä? Okay, die Tore sind übelst verpackt. Äh, ja. Mach mal das Tor zu. Guck mal. Ich mach mal das Tor zu. Bist du schwer? HP5 mit 5 Sterne, äh, ja. Weiter das HP5 Magazin. Das ist, glaub, vielleicht gebrauchen. Also, ich kann auf mein Autokomarktgefähr jetzt endlich das Zielfernrohr aufpacken. Aufpacken. Ich kann's gar nicht runen. Hier ist das Jill gloves. As 그런ешь kümmern. Ich kann gar nichtポocar töten. Nein, nicht in der D-Sinne. Warum? Ich zeige einfach, dass der Sniper ist. Nice. Obwohl es das Jagdgewehr ist und ich die Sniper. Mies. Ergänzungen. Züchtmodee. Etzerhand. Züchtmodee. Hehehe. 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 Okay, komm. Ey, der tanzt, alter. Hehehe. Warte. Ich will, ich will snipen. Boah, alter geiler Schuss. So, komm. Was war das? Hahahaha. Warte. Alter, wenn ihr mal ein Sprengstofflager sehen könnt, alter. Das will keiner, Philipp. Keiner will dein Lager begutachten. Und auch nicht dein Gewehr. Ja. Hehehe. Hehehe. Ich trenne jetzt wieder zu zwei, ne? Also, ah ne, da geht's. Ja. Zu zwei. Müssen wir nicht zur Hauptstory? Da geht's zur Hauptstory. Na, oder? Da unten ist die Hauptstory, das ist die Gasfabrik Hauptmission. Ich hab, hä? Bei mir ist es unbekanntes Flugobjekt. Bei mir steht's, äh, Gasfabrik als Hauptmission. Ja, ja, der Gasmission, der, das ist, weil, das, ne? Okay, kann man mal kurz gucken. E-Log. Unbekannt ist die Gas. Oh, es ist zwei direkt nebeneinander. Äh. Wir können dann, äh, wir können dann zu zwei gehen und dann zu eins. Wo ist eins? Unbekanntes Flugobjekt. Ja, wo ist das denn? Oh, shit! Mach mal, mach mal die Eins hin. Wo ist die Eins hin? Ach, da. Wir gehen erst zu zwei. Run. Warum run? Was ist denn da? Johnnies? Oh, ja, warte, ich höre den dicken. Keiner will deine Waffe sehen. Ich muss sie dafür nur ersehen. Warte mal kurz. Na, wo sind sie denn? Ich glaube, die rennen euch hinterher, oder? Warum geht ihr jetzt zu eins? Renn doch zu zwei. Wir rennen zu eins. Oh, seht ihr, die ist direkt hinter euch. Hey, du hast doch ein Funkgerät zu sein, äh, ne? Falls ich sterben sollte. Ich bin voll freigeschaltet. Na, lass doch. Hab alle drei. Ne, doch nicht. Leute, da weg. Philipp, komm doch zu uns. Ich bin tot. Philipp, äh, das ist ein Munker da, ne? Ich rutsche gerade den ganzen Berg runter. Ah, ich habe eine Antranalinspritze. Alles gut. Und hier ist noch einer. Mein letzten Schuss gehört. Ah, ich habe von dem Berg runtergekullert. Guck mal, wie viel Loot ihr jetzt hier unten habt. Alles voller Johnnies, die ich erledigt habe. Also, ich habe wohl mitgeholfen bei einem. Bei einem. Ne Tick-Kapsel. Ja. Oh, endlich. I have a Tick-Kapsel. Äh, Tick-Kapsel. Mit der Tick-Kapsel, die greifen den anderen Roboter an. Wie geil. Wenn ich auch meine finden sollte, dann gebe ich sie dir. Kannst sie nicht finden. Nur ich kann die finden. wieso. Der Heisen. Kuck mal. Kind... Einmal. .. Ah, da bist du ja. Guck mal, er hat die gleiche Frisur, wie ich mal hatte. Ich hab die auch. Nur in blond. Wie weit ist denn das hier weg? Ist nicht mehr weit. Oder doch? Ja doch, ist noch weit, oder? Nö, ja. Geht. Naja, Nummer 1 ist noch weiter weg. Ist da irgendwas? Ich hab 99 HP. Ich hab 70. Teleportierst du dich bei mir, Herr? Ich hab jetzt teleportierst du dich immer. Warte mal, ich guck mal auf Multiplayer. Hey, wir sind alles stabil. Da unten. Komisch. Das ist aber Gott nicht. Aber bei Discord bist du auch so abgekattet. Ich bin bei Teams wie Kono. Äh. Warte kurz. Na, äh, question. Das stimmt. Ja? Ich will den anderen Typen fragen. Ja, ja. Ja. Grenat. Al. For. How. Did. They. They. Help. Us. Die lassen die Gegner im... Äh, ist egal. Ja. Du fragst ja ihn. Wenn sie es am Anfang nicht gesehen haben und wie die am Anfang damit erst abwerfen, dann könnt ihr es die ganze Zeit nicht sehen. Ey, ihr seid 200 Meter von mir entfernt. Was ist da? Oh shit. Äh, haven't used him yet. Okay. Fuck, hier ist ein großer Berg. Fuck. Ah, jetzt bin ich unten. Was ist da? Leute, sprecht doch mit mir. Ein Tank. Ja, so ein riesiger von dem. So ein Zweifüßler. Oh. Also, lass mich eine Rauchgranate auf den Spießen. Und Hunters. Oh, nee. Warte, wo ist der Große? Ah, da hinten. Ey, hinter... Hinter mir sind welche. Alter, da ist ein Ganskfetter. Einer mit Flammenwerfer. Aua. Aua. Oh shit. Warte, ich komme auch hier. Ist aber ein fucking Berg. Ja. Ich bin zu... Alter. Das ist doch nicht wahr, Alter. Müsst ihr... Was müssen wir da überhaupt machen? Keine Ahnung. Jetzt braucht er nicht zu lange, um mich hier... Fähigpunkt. Schnellreise nicht verfügbar. Jetzt. Schnellreise. Boom. Bruder, Alter. Ist ja hier komplett... Schlamitzel. Oh, ja, genau. Direkt auf den Platz. Und Hunde. Oh, ist der kleine Spinni. Äh, soll ich... Soll ich vielleicht, äh... Äh, wieso stirbt die Spinne nicht? Ah, der ist wahrscheinlich schon tot. Äh, Leute, soll ich die Tickkapsel aufstellen? So wichtigen Anlässen. Come in. And show my cannon. Ja, komm, ich will... Ich will die mal... Ich will die mal aussitzen. I will... Place... Äh... Alle tot. Sind schon alle tot, Flipp. Hä? Wie die ist, die spawned? Ja, weil kein Kampf mehr da ist. Ach, come on. Okay, komm, dann lass jetzt schnell alles untersuchen. Hast, aus... 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 Kampf gewonnen. Äh, kannst du mal die ganz kurz aufmachen? Äh, ja, warte. Oh, da steht... Da steht... Hitter euch, hitter euch. Ist er abgeschlossen oder was? Abgesperrt. Ne, da komm ich auch nicht rein. Oh, äh, da drin steht ein großer, ne? Ein dicker Fett hat schon nie. Äh, zwei. Ne, eine? Ich bin froh sein, dass es noch abgesperrt ist. Okay, komm, wir müssen untersuchen. Voll meinst, freundlich. Alter, ich hab noch ne Hunde-Marke. Golden! Alter, die werde ich erstmal anziehen. Ich hab ne Golden-Hunde-Marke und mein Hals, Alter, eh jesig, Alter. Äh, hier sind zwei große. Oh. Oh, ich hab schon verbreiten, Alter. 10. Nein. Ich hab ja nicht gesagt, welches du benutzt hast. Ja, du hast doch gesehen, wo ich schon baue, oder nicht? Nein. Äh, äh, was. Hab ich nicht. Wenn hier einer mit einer Rakete schießt, ne, dann explodiert hier alles. Ja. Scheiße, ich bin am Arsch. Warum? Gott, der, 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 der guckt noch nicht zu mir zum Glück. Oh, da steht er direkt hier vor! Ich hab das zweite Symbol. Eins terus. Oh Gott. Warum bist du denn jetzt tot? Ja, da wird es nicht mehr so ne kleine Drohne. Ja, genau. Ich bin kontaminiert? Oh, heilige Scheiße. Ich bin radioaktiv verstrahlt gerade. Das kenn ich schon. Genau. ich bin jetzt normal mach dich doch mal mach dich doch mal mach dich doch mal ich sehe es sogar ich kann dich sogar sehen da über okay jetzt ist es weg hab ich geleuchtet oder was also hast du über dir so ein Zeichen gehabt aber wenn du brennst oder sowas dann hast du so ein Zeichen gehabt aber darauf achtet ja keiner oh jetzt sind wir noch die Reste was war das denn jetzt oh hier ist ein großer äh hinter dir uns hinter uns ich bin Achtung Spinnis, ganz viel Spinnis haja was wir los guter ab, habt ihr gesehen ja ich konnte Spinnen grad durch Lootengen auskauen h ob jetzt nicht er hat die Jahre und er hat weil ich stehe kurz vorgeteilt dass er hinkommt 3 oder nächstes verbraucht scheiße ich hab und die geht sich weiter achten scheiße der ist Ich habe ein Funkgerät platziert, das kann ich nicht hängen. Du... Ku... Quick... Journey... Warte, bevor du reingehst, Philipp. Bevor du reingehst, bevor du reingehst, nicht reingehen. Wir müssen auf ihn warten. Ich habe, glaube ich, eine Granate. Ich habe auch ganz viele Granaten. Dann werfen wir die gleich da rein. Kannst du mal bitte schreiben, dass er als Funkgerät benutzt? Was heißt Funkgerät auf Englisch? Okay, ich schreibe ihn lassen. Ah, er ist da. Ist immer noch abgesperrt. Warum ist das immer noch abgesperrt? Ich kann es doch halb öffnen. Ich nicht. Bei mir steht öffnen, aber... Der da hinten hat keinen Plan, was er da machen soll. Nicht anschießen. Sondern ich. Äh, der dreht sich zu uns. Er hat ein rotes Auge. Äh, Philipp, der beschießt uns gleich. Ja, das dauert noch. Es ist ja noch nicht mal Raketen. Hey, jetzt müssen wir noch eine Sache zerstören. Was? Ah, hier gibt es noch einen Durchgang. Ah, ja. Erstmal alle KV-Stellen. Würde ich sagen, oder? Oh, hier ist auch nicht was drin. Oh, hier ist auch nicht was drin. Hohelspitz von meiner Hand. Stell dir einfach für Jagdgewerdstufe 2. Wollen wir nicht. Stamm der Erste Hilfe. Ist das nice? Oh, äh, und doch. Ich bin in der Tür drinnen. Okay, der ist einfach nicht checkt. Oh, äh. Oh, nö. Leute, könnt ihr mal kurz, äh, help? Da hab ich noch nicht danach, doch? Oh, Gott. Oh, nö. Neun HP, Alter. Ich hab 28. Ich habe nur, weil ich grad eine Granada geschissen habe. Hilfe. Oh, ich hab aller erledigt hier drinnen. Die brauche ich. Ah, hier war noch so ein Sprengstopflager, was wir jetzt erstellen mussten. Gut. Was macht ihr denn da hinten? Ja, was denn wohl? Ich bin in der Tür drinne. Oh, Gas. Lass mich das machen. Du kannst die Tür nicht schließen. Nein, ich gehe rein. Oh, er geht rein. Die Tür schließt sich. Mach die Tür auf, mach die Tür auf. Haben wir es erledigt? Ja. Neue Mission. Nice. Aber hier ist noch ein großer. Umstellt Motore, es ist nicht Röntgen. Oh, das brauche ich nochmal. Oh mein Gott. Das sind die Sachen von der Sniper. Warte, wann hinten ist noch Dingens? Okay, jetzt ist nichts mehr drinne. So, komm mit. Ich habe noch was gelootet. Äh, noch was zerstört hier. Ja, ich muss erstmal irgendwie die ganzen Sachen hier am Anfang und so muten, ne? Ich habe hier keinen Gang. Hier, komm. Hier. Hier. Äh, 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 äh. Röntgensicht, äh, 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 äh. Also nächste Mission mit, unten bei der Eins, genau. Nächste Mission mit die Eins.